Und, fünf neue Produkte stehen auf dem Prüfstand. Das ist die Evolution der Fortbewegung. Was ist seinem Geld wert? Was ist denn ein Omelette? Kann ich mir denn ein Ei draufklopfen? Da sind Viecher drin! Und was ist ein Brunnen? Völlig verkehrt. Ich kenne sie überall so aus! Rot oder Schrott. Die Alles-Tester. Sonntag 19.15 Uhr. Schau mal an!